der Adenauer-Konferenz und sprechen mit Roderich Kiesewetter. Er ist Mitglied im Deutschen Bundestag und dort auch Mitglied im Auswärtigen Ausschuss. Herr Kiesewetter, wie wichtig sind Diskussionsforen wie die Adenauer-Konferenz, um Menschen für Sicherheitspolitik zu interessieren? Gerade in diesen Jahren, wo wir eine Gleichzeitigkeit von Krisen, eine Parallelität ungeheurer Verunsicherungen haben, ist es so wichtig, in der Öffentlichkeit für die Bevölkerung gute Informationen aufzubereiten. Und da ist die Adenauer-Stiftung einfach spitze und dieses Forum ganz weit vorne in Deutschland verdient ganz große Verbreitung.